Sachgeschichten mit dem Hamburger SV. Heute der Buchstabe M. Wir befassen uns mit unserem Maskottchen. Der Michel ist auch dabei. Wir sprechen mit Michael Mutzel und schauen beim Medizincheck vorbei. Sachgeschichten mit dem Hamburger SV. Heute der Buchstabe M. Wir befassen uns mit unserem Maskottchen. Der Michel ist auch dabei. Wir sprechen über Michael Mutzel und schauen beim Medizincheck vorbei. Das war Schweizerdeutsch. Ich bin übrigens Miro Max Maria Muhheim. Und für mich heisst es jetzt nur noch Moin Moin. Ich bin übrigens Miro Max Maria Mutzel. 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 Ich bin übrigens Miro Max Maria Mutzel.